Hello again meine Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Video, was ich auch kurzerhand vor all die anderen kommenden Videos packen werde. Denn heute ist Black Friday und wer so ein bisschen in der Fitnessszene unterwegs ist, der weiß, dass Gymshark diese Woche Montag damit angefangen hat, ihre ganzen Produkte bis zu 50% Rabatt rauszukloppen. Und ja, wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich unbedingt momentan nicht gerade im Fitnessstudio bin. Aber im neuen Jahr habe ich mir ganz fest vorgenommen und ich werde es auch machen, denn der Beziehungsbrauch wächst und das darf nicht passieren, dass ich ins Fitnessstudio gehen werde, beziehungsweise auf jeden Fall mit dem Sport wieder anfange. Und dazu habe ich die Chance genutzt und habe zweimal bei Gymshark bestellt. Bevor wir aber aufmachen, gibt es eine kleine Neulichkeit zu diesem Gymshark Black Friday Haul. Und zwar gibt es das erste Mal überhaupt auf meinem Kanal ein Try-On. Also ich werde für euch diese Leggings nachher alle mal anziehen, dass ihr auch seht, wie fällt die S aus. Denn von den ganzen Beauty-Youtubern hört man immer nur, ich trage eine S und ich trage eine XS. Und ich als Normalo hier ohne so eine Hüfte, äh, so eine Taille, aber so einen Arsch, ähm, wollte halt auch mal so eine Leggings besitzen und anziehen. Und demnach, ähm, ja, wobei ich mich auch frage, wie wenn man so eine schmale Taille vor einer Seite haben kann, aber so ein Arsch überhaupt in eine XS oder in eine S passt. Aber, hm, scheinbar tun sie es ja. Vielleicht sagen sie auch nur, dass sie die tragen. Und tragen dabei eine L oder so. Aber die sieht ja auch immer so klein aus, wenn sie die in den Bildschirm halten. Das ist ja Kindergröße, dass die da meistens reinhalten. Aber gut, nun zum ersten Päckchen. So, also ich habe hier dieses kleine süße Päckchen. Okay, das werde ich jetzt einfach mal abschneiden hier. Gut, wir haben jetzt hier einmal die ersten zwei. Ach, hier steht sie auch noch drauf. Zur Not. Dieses hier ist die Arc Jersey Leggings Light Grey Marl. Marl? Marl? Egal, auf jeden Fall ist es so eine stinknormale Leggings, wie ihr sie alle kennt. Ähm, sei es von Adidas mit den drei Streifen drauf in jeglichen Farben. Diese gibt es halt auch bei Gymshark. Ich werde es einmal aufmachen hier, das Tütchen. All meine Leggings sind in der Größe L. Aber der Stoff ist ganz anders, als von den normalen Leggings, die man kennt. Äh, alle meine Leggings sind in Größe L, weil mein Hintern relativ groß ist. Und demnach braucht der auch Raum. Und der braucht auch Raum zum Wachsen. Von daher habe ich einmal diese hier bestellt. Also es ist wirklich eine ganz normale Leggings. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass die aus so einem ganz normalen Leggingsstoff ist, wie halt zum Beispiel diese Adidas Leggings. Aber die ist aus einem richtig festen Stoff. Und ja. Ja. Also wie gesagt, die erste Leggings, die wir hier haben, ist die Arc... Äh, äh, Arc-Jersey-Leggings. Wobei ich sagen muss, die ist ja auch noch stretchy. Also, das könnte sein, dass die nicht passt. Aber das werden wir ja dann... So, das nächste Päckchen, das hier vor mir liegt, wie ihr es vielleicht erraten könnt, beinhaltet es die Flex Leggings. Und da bin ich ja sehr gespannt, weil die ist die Charcoal Marl mit Peach Pink. Und ich wollte nämlich, wenn ich mir schon eine Schummel-Leggings von Gymshark hole, dann wollte ich halt eine dunkle Schummel-Leggings. Und da gab es jetzt nicht so viele, die mir unbedingt mega gut dabei gefallen haben. Demnach habe ich die mit Pink genommen, weil Pink geht immer. Und zwar ist das diese hier. Und die sieht schon wieder ziemlich klein aus, was aber nicht schlimm ist. So, normalerweise soll ja das Kontur dunkel sein, wurde mir gesagt. Aber wenn die Hose dunkel ist mit hellem Kontur, müsste das ja eigentlich denselben Effekt haben. Aber naja. Auf jeden Fall ist das diese hier. Ähm, wie schon gesagt, auch wieder Größe L. Ich finde ja das mit dem Bund immer so schön, wenn die so einen Bund haben. Ähm, ja. So, jetzt habe ich den Päckchen jetzt schon mal aufgemacht. Das ist ein bisschen dicker. Und hier kommen mir drei Leggings entgegen. Dann ziehen wir einfach mal die erste raus. Und das ist die Fit Leggings. Wieder in Charcoal. In Charcoal. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wurde. Und Kalk Pink. Kalk Pink, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, na, auf jeden Fall waren das die ersten zwei. Oh, und das ist schon wieder ein ganz anderes Material, die Leggings. Das ist echt faszinierend. So, Leggings Nummer drei. Und die sieht wieder riesengroß aus. Warum auch immer. Also, haltet mal die vor Augen. Und jetzt halten wir mal die Fit Leggings dagegen. Äh, die Flex Leggings. Also, die liegen jetzt beide hier an, wie ihr sehen könnt. Und jetzt guckt euch mal das an. Äh? Aber wir werden ja sehen, ob sie beide nachher passen. Das ist komisch. Auf jeden Fall habe ich auch schon viel gehört, dass man bei manchen eine Größe höher nehmen soll. Oder eine Größe runter gehen muss. Und manche aber auch richtig true size sind. Auf jeden Fall, naja, werden wir ja sehen, ob die passt. Auf jeden Fall ist es, wollte ich eine von denen haben. Weil man die halt auch so normal im Alltag anziehen kann. Und halt wieder dieses schöne Bällchen. Und es ist einfach in so einem Baby-Rosa. Ha. Ey, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt. Aber wenn nicht, dann seid froh. Denn hier in meinem Blog ist gerade einfach mal eine Schlagerparty oder so. Helene Fischer. Jetzt irgendeinen anderen Scheiß. Und ich denke mir nur so, wer will das hören zum Geier? Und mir fällt auf, ich habe gar kein Highlight drauf. Hm. Naja, auf jeden Fall die nächste Leggings, die wir hier in der Hand haben, ist die Dreamy Leggings. Und es ist wirklich faszinierend, wie die alle unterschiedliche Stoffe haben. Also das ist absoluter Wahnsinn. Denn die fühlt sich schon wieder komplett anders an. Und wie ihr sehen könnt, die ist in so einem grau-braun irgendwie, würde ich sagen. Und, ach, die fühlt sich so toll an. Hm. Ach, ist, ja gut, die fühlt sich mega schön an. Wie sie aussieht, seht ihr gleich. Komisch, wenn jetzt will ich mal was ausprobieren. Ha, seht ihr? Ich habe mir nämlich einen neuen Schminkspiegel gekauft, der leuchtet. Der beleuchtbar ist. Also so oben. Und der steht jetzt hier neben mir. Und, oder neben der Kamera. Und macht mir helleres Licht. Was voll gut ist. Denn von hier oben kommt Licht, von da hinten kommt Licht. Und von hier kommt Licht. Eigentlich müsste von da auch noch Licht kommen. Aber, so, die nächste Leggings, die wir haben, ist die, äh, Aspire Leggings. Steht da aber nicht drauf, weiß ich aber. Äh, die Aspire Leggings in Purple Wash. Und natürlich wieder eine L. Und, oh mein Gott. Oh, ist sie weich. Ich kriege eine Macke. Hilfe, ist sie weich. Aber guck mal, wie, wie eng die ist. Aber es ist halt wieder eine High Waist, muss man dazu sagen, glaube ich. Also, auf jeden Fall ein bisschen höher geschnitten. Was ich an der so liebe ist. Also, erstmal hat die hier so ein, das ist so ein bisschen fluorisierend, wenn man Licht drauf scheint. Und zumindest sieht so aus. Aber, was ich an der so toll finde, ist, dass die halt hier Taschen dran hat, ne. Also, man kann halt wunderbar sein Handy da mit rein machen, wenn mein Handy reinpasst. Aber wird schon. Ähm, auf jeden Fall ist die mega schön. Auch die Farbe einfach ein Traum. Und ich würde sagen, genug über die Leggings geredet. Try on! So, also, dass ihr mal einen Vergleich habt, habe ich jetzt nochmal eine ganz normale Leggings an. Dass ihr mal seht, wie das so aussieht mit einer normalen Leggings. Weil die sind ja doch ein bisschen tighter und pushen das alles in die richtige Richtung. Und die sind ja hier so locker, flimsig, leicht. Also. Ja, man muss halt dazu sagen, ich habe halt nun mal ein bisschen Bauch, der hier vorsteht. Der muss halt auch von der Leggings eingepackt werden. Und, ja, demnach würde ich sagen, fangen wir an. So, also die erste Leggings, die wir jetzt anhaben, ist die Arc Jersey. Und, also wie ihr sehen könnt, sie passt. Aber was halt bei mir extrem doof ist, weil ich bin halt nur 1,58 Meter, ist, dass sich das hier unten so kringelt. Und ich hätte halt hier eigentlich so ein Gymshark-Logo hier unten. Aber das sieht man halt nicht. Und, ja, zur Leggings, also sie passt. Aber, hm. Ja, naja, das sieht man sowieso nicht, weil ja eh immer was drüber wäre. Dann wirft die hier so komische Falten. Und wenn ich so stehe, dass die Beine dünn sind, dann wirft die hier so komische Falten. Also irgendwie ganz komisch. Und, ja gut, ich habe jetzt natürlich ein Höhchen an, ne, weil... So, ich bin zur nächsten Leggings. Ich komme mal ein Stück zurück, dass ihr mich auch sehen könnt. Die nächste Leggings ist halt die Flex Leggings. Die sitzen halt bei mir auch alle relativ hoch. Aber, durch meine Hip-Tips ist das sowieso ein bisschen komisch. Dann werden wir jetzt mal den Pulli runter machen, so. Da macht ja schon mal irgendwie schon schöne Beine. Das Material ist auch sehr, 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 sehr schön. Wenn wir uns mal zur Seite drehen, finde ich, sieht es schon deutlich besser aus, als bei der vorherigen. Und halt durch die Kontur hier wirkt der Booty natürlich größer. Dann hier, das macht das Bein irgendwie mehr Boom, also mehr muskulös. Die nächste Leggings, die ich jetzt anhabe, ist die Fit Leggings. Und ich muss ja sagen, also, die sitzt auch relativ hoch. Hier ist mein Bauchnabel, aber, ne, das, was bei der so schön ist, die hat hier so ein... Sieht ihr das? Dieses, was hier so glänzt. Das ist so ein, ja, das ist so ein Anti-Rutsch-Ding irgendwie. Aber gut, durch das Höschen ist jetzt sowieso... Das ist ein bisschen komisch jetzt. Nur die wirft ihr halt auch so falten, ne. Ist ja klar, wegen dem Bauch. Aber sitzen tut die hier einwandfrei. So, wenn wir uns mal den Booty ansehen. Der Booty ist auch schon ganz schön. Beinchen. Und, ja. So, I like it. Und halt, das band einfach so, ne. Wenn ich irgendwann mal an dem Punkt angekommen bin, dass ich so Bauchfahrt tragen kann, würde ich es auf jeden Fall machen. Einfach von dem Band. Aber was mich halt bei all den Leggings bisher genervt hat, ist... Hier unten dieses Gekringle. Also, es kann sein, dass es reicht. Wenn ich die eindrehe, kann aber auch sein, dass es nicht reicht. Dann muss ich sie kürzen lassen. So, Problem Nummer 1, das die Arc Jersey hat, ist... Sie hat einen echt starken Konkurrenten in Grau. So, und das ist die hier. Das ist die Dreamy. Und die ist wirklich Dreamy. Also, die ist so weich. Und die wirft jetzt hier auch wieder die Falten. Aber man kann auch alles, wenn ich jetzt abnehmen sollte, nochmal enger machen lassen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber, die sitzt halt total toll. Macht vor den schönen Popo. Also, mal zuallererst. Gut, die Farbkombi lila-rot passt jetzt nicht wirklich. Aber mal zuallererst. Das ist so cool hier mit den Taschen. Können wir gleich mal probieren, ob das Handy reinpasst. Handy passt rein. Ist schon mal mega gut. So. Dazu kommt... Moment. Dazu kommt ist einfach diese Farbe. Die ist unglaublich geil. Punkt 2. Die ist so unglaublich weich. Und Punkt 3. Die sitzt einwandfrei. Ich ziehe an und mache so den letzten so. Wupp. Und du denkst dir nur so. Ey. Ey. Mhm. Also, ist ich nicht. Das ist, glaube ich, mein absoluter Liebling von all denen. Es gibt ja auch noch die hier mit dem Mesh. Aber die wollte ich nicht. Deshalb habe ich extra auf die hier gewartet. Und die ist so toll. Also, die ist wirklich toll. Und ich weiß nicht, ob man das vorher gesehen hat. Man hat so ein bisschen so hier so eine Po-Delle gesehen. Weil der halt wirklich außer Form ist. Aber, ich würde meinen, die Delle ist jetzt gerade fast weg. Demnach sieht man jetzt gerade einfach nur meinen Booty. In voller Pracht. Das Einzige, was man hat, sieht, ist hier noch die Delle. Aber, wir alle haben Cellulite. Ja. Also. Hm. Dann kommen wir mal wieder hier close to close. Also, meine Empfehlung ist, wenn Gymshark irgendwann nochmal nachstockt oder halt nochmal neue Kollektionen rausbringt, dass ihr euch daran orientiert, so ein bisschen, was sind so eure Vorzüge, was sollt ihr zeigen. Oder nicht unbedingt zeigen, aber was sind eure Vorzüge, was sind eure Nachteile. Zum Beispiel, die Aspire, die ist, oder worauf ihr halt mehr Wert legt so, ne. Weil die Aspire hat einfach alles für mich. Und ich bin richtig froh, dass ich die bestellt habe. Ähm. Die bleibt auch auf jeden Fall hier. Ich glaube, es bleiben alle hier, außer eventuell die Arc Jersey. Ähm. Weil die ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Also, da habe ich mehr erwartet. Oder generell ganz was anderes erwartet. Und demnach, ähm. Welche ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist halt die Aspire Leggings. Die ist mein absoluter Favorit. Neben der Flex. Ja, die Flex mag ich auch. Ähm. Die anderen. Ich mag alle vier, aber wenn ich euch eine empfehlen würde, dann ist die Aspire. Also, die ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das habe ich jetzt zwölfmal gesagt. Aber egal. Ähm. Was würde ich noch sagen? Ja. Zu dem Punkt, was ist denn, wenn ich abgenommen habe, muss ich mir ja jetzt gar nicht neue Leggings kaufen. Das ist euch überlassen, was ihr macht. Ich werde es nicht tun. Weil dafür kosten die einfach schweineviel Geld. Und wirklich nicht wenig. Ähm. Ich meine, ich habe sie jetzt bei Black Friday sale gekauft. Und selbst da kamen die teilweise noch knapp 40 Euro, die Leggings. Also. Ähm. Demnach. Ähm. Ich bin so ein Mensch. Ich versuche erst alles, dass es irgendwie anders geht, bevor ich es mir neu kaufe. Demnach. Äh. Wenn ich jetzt so krass abnehmen würde, dass die halt nicht mehr am Bauch rum passen, weil die sich schon zu ausgestretcht haben. Naja. Dann lasse ich sie einnähen oder so. Oder. Keine Ahnung. Oder unten am Fuchs. Es gibt ja, es gibt, klar gibt es Menschen, die noch kleiner sind als ich, die dasselbe Probleme haben, eventuell umdrehen, also unten umwickeln oder halt abnähen lassen. Ich meine, das kostet jetzt auch nicht alles so die Welt. Und vielleicht habt ihr jemanden, der das nähen kann. Ich zum Beispiel habe das. Und von daher ist das jetzt kein Problem so. Ähm. Aber auf jeden Fall kann ich euch echt nur die Sachen empfehlen. Ich war vorher auch immer so, die haben die Labern bestimmt nur so, geil sind die nicht. Aber jetzt, wo ich die Sachen wirklich vor mir zu liegen habe, Also, ich bin absolut begeistert. Also, bisher von der Arc Jersey, aber egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Das ist bestimmt schon wieder mega lang. Ich versuche es irgendwie zu kürzen. Aber es wird trotzdem garantiert Arschlang sein. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, vielleicht wird da was draus. Aber ich würde mich auch super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil ich war kurzzeitig... Egal. Auf jeden Fall würde ich mich darüber sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in meinem nächsten Video wieder. Denn hiernach werden ganz viele folgen. Denn dieses Video hat oberste Priorität, da wir heute Black Friday haben. Und demnach... Bis dahin bleibt anständig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.